Jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Halt die Maus aus dem Bild. Also, willkommen zu Let's Test oder Play Lost in Swords, glaube ich. Nein, wie spricht man das aus? Lost in Swords, passt schon. Ja, gut, gut. Ja, diesmal mit, mit. Mit. Genau. New Game, ey. Ah, jetzt hab ich's ja nicht ausgewählt. Ha, jetzt hab ich's ausgewählt. Oh Gott, Entscheidungen. Können oft alles ändern. Aber nicht immer. Ah, doch, eigentlich schon. Doch, bei deinen Gedanken fängt alles an. Uh. Oh, geil. Mit epischem Intro. Uh. Muss ich jetzt was drücken? Ah, ne. Winst du ein Tutorial? Ja, immer. Oh, oh. Wo bin ich? Ah, da unten. Hä, da steh ich ja nochmal. Oder ist das ein anderer? Das bin doch ich hier, oder nicht? Das ist doch der gleiche. Ne, der hat eine andere Frisur. Ah, du hast die Frisur verändert. Ja. Wo sagst du's? Verfolge ich jetzt. Gucken, was er macht. Wah. Ne, okay, ich rede mit dem Hund. Hund, bleib hier. Ey, und? Ah, der bellt. Cool. Und? Okay, ne, erst mal mit allen Reden. Ich fühl mich so ersetzt. Ja, wegen der... Ja, kann man da rein? Ja, alles kann man. Oh. Uh, Nacht. Was mach ich jetzt hier? Was kann ich hier... Ghost. Ach, der Ghost, der Verliebte. Ne, halt, was ist das? Hey, ich sehe dich. Oh Gott. Oh nein, er sieht mich. Was muss ich machen? Darf mich nicht sehen, oder wie? Er demonstriert hier nur, wie lang... Wie weit die Monster sehen können. Ah. Jedes Monster sieht ihn etwas so weit. Oh. Okay, dann hau ich ab. Ich hab gesagt... Gefangen! Ah, da ist ne Leiter. Jetzt muss ich noch irgendwie da hinkommen. Es geht. Sehen wir so. Es geht. Gut. Ah. Man kann natürlich nicht schwimmen, weißt du. Das ist ja für ein viel zu tiefes Meer. Ja, der hat ja jetzt ne andere Versur. Die geht ja kaputt, wenn er schwimmt. Ähm. Okay. Überlegen, wie komm ich da hin? Also. Ja, das Tutorial, muss ich schon mal sagen, ist sehr hart. Ne, wie komm ich da hin? Weil das. Mit Anlauf. Der kann drüberspringen. Fuck. Kann ich das aktivieren? Ne. Ich kann aber bestimmt den Stein... Was ist da unten? Yeah. Hä? Der Stein hier. Ne, ist auch nicht. Ah. Mann, Mann, Mann. Nur die Decke. Mehr nicht. Sehr sinnvoll. Ey. Naja. Ne, nicht wieder zur Decke. Sicher, dass nur die Decke da war? Moment mal. Da ist ein Loch. Ach, das war das. Ah, der Frosch. Juhu. Wie komm ich hin? Das ist das Ziel erfüllt. Wie komm ich zum Frosch? Ich will zum Frosch. Okay, dann rede ich mit dem. Der hilft mir. Okay, ich kann nicht mit ihm reden. Komm, freu, der hat Haare. Oh Gott, er hat Haare. Ich komm nicht an ihn hin. Der ist so gut blockiert. Nein. Oh! Juhu, ich bin im Tutorial dabei. Oh, sogar mit meinem coolen Avatar, der leuchtet. Der hat, ähm, special... Special, special... Specialities. Specialities? Okay, wie komm ich jetzt an dem vorbei? Der platziert mich nicht mal so. Lauf! Komm! Ah, ey, ich bin schlau. Frosch! Okay, läuft er weiter. Komm, läuft weiter. Ey, der versucht gerade mich reinzulaufen. Ich leise ihn nicht durch. So wie er mich nicht durchlässt. Das gibt rare. Oh, und jetzt... Kann ich das kaputt machen? Ne, kann ich nicht. Ich bin schon zurück. Wer hat dich gebaut hat, gerade. Also, also, das... Ich liebe die... Ah, lauf, komm, lauf. Genau, ich bin schon zurück. Ah, gut. Ich entkomme! Ne, doch. Ich bin selber entkommen. Glückwunsch! Uh! Schafft das! Frosch! Gib auf! Schafft das! Frosch ist der Endboss, den muss ich besiegen. Mich? Du musst gegen ihn Erde einsetzen, sonst klappt es nicht. Erde ist ja eine einzige Schwäche. Du kannst es einmal die ganze Spiele benutzen. Uh! Komm ich jetzt raus? Nach unten. Schau. Wo hier? Ja, drücken. Nach unten, oder? Ach so! Ach! Es geht hier mal alles automatisch. Ach! Oh, ich kann mit dem Stein nicht reden. Na, nee, nee, nee. Nee, jetzt rede ich mit der... Die... Für meinen Geschmack... ...bewegt sich... Ach, warte, noch mal von vorne. Für meinen Geschmack bewegt sich hier zu viel. Deswegen stehe ich nur rum. Oh, yeah! Yeah! Kann ich mit dem Vogel reden? Vogel! Oh, der fliegt einfach hoch und dann kann ich nicht mehr nur reden. Habe ich mit der schon geredet? Mit der habe ich bestimmt noch nicht geredet. Meine Mama hat mir gesagt, dass man alles erkunden soll. Ach so, das ist ein Junge. Ja. Ich fange schon damit an. Ich habe über dem den Namen hingeschrieben, wenn du checkst, dass das ein Junge ist. Ja. La 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 la. Ich bin ja dummer, Junge. La 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 la. Kann ich mit dem Boot fahren? Ich bin ja einfach nur im Ende, bis die Gegend trennen. Oh, dann rede ich jetzt mit dem. Oh. Der sieht auch voll freundlich aus und so. Wer ist das bloß? Gegrüßt, du seist. Viel zu lernen, du hast. Gefahren erwarten dich nicht werden. Äh, dich werden. Ach, das ist wirklich schwierig. Wovon du wollen zu fahren, äh, erst erfahren? Wollen du fahren, er fahren erst. Es... Menü? Ja. Wetter mal. Wenn du das Menü mit Escape aufrufen, du kannst. Die Optionen selber durchschauen, du sollst. Ja. Okay, komm. Komm. Und jetzt rede ich mit, äh, über Kampfsystem. Komm. Die Macht mit Skill, du nutzen sollst. Items, weil sie benutzen, du nicht musst. Na, bevor du winn. Ja. Yes, Bruder. Oh, yeah. Okay, von was will ich jetzt zuerst erfahren? Von der Gruppensteuerung. Fitness-Trainer? Q und B, um den Meister wechseln, du kannst. A, um einen Mitschreiter warten lassen, du sollst. Esso-Mitschreiter sammeln, die deinigen. Die steinigen. Ah, okay. Nein. Dein Name. Ganz schnell weg, ich muss. Wie immer? Okay, jetzt fahr ich mit dem Boot. Ich will mit dem Boot fahren. Lass mich mit dem Boot fahren. Ach. Okay, dann gehe ich jetzt hier durch die Wand. Okay, durch die. Okay. Okay. Hund, hilf mir. Er hat mir geholfen, jetzt weiß ich's. Da oben. In die Sonne! Nicht. Geh in die Sonne rein! Ich kann in das Wasser laufen. Ich bin blöd. Du lässt mich übers Wasser. Ist es nicht Wasser? Doch schon, aber du bist im Wasser. Ach, ich bin innen! Stimmt! Stimmt! Wie denn, ich hab dich richtig zinniger geguckt. Oh je. Guck mal, ein Regenbogen. Da hättest du noch einen zweiten, dann wird Double Rainbow All The Way. Oh, aber jetzt fahr ich für das nächste Thema noch einen Rainbow ein. Okay, jetzt müssen wir noch den Ausgang hier finden. Weg. Immer den Weg entlang. Welcher Weg? Das Weg? Na bitte. Da unten. Da! Da! Ah, nee. Doch, links da, dann wird das noch Weg. Ja, genau da. Genau da. Links, 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 links! Run, runter, runter! Nein! 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 Ah! Ah! Ah, jetzt. Möchtest du beginnen? Ja! Nose-zz-z-z-z-z-z-z-z-z. Okay, genug davon. Es nervt mich einfach Es nervt mich einfach nur noch Man kommt in keine Stadt mehr hinein Die Waren blockieren jeden einzelnen Zugang Eingang 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 Nein Wie soll ich zu meinen Vorreden kommen? Oh no Sss Ist wohl doch ungünstig eine Der meistgesuchten Personen zu sein Ah das ist immer günstig Ey das ist voll Voll günstig Weil dann kriegst du alles viel günstiger Zum halben Preis Nein Mensch klar Ich erscheine mir auch keinen mehr So ein Mist Ach Schlaf Wo ist das Mistvieh? Oh der kann springen Kann ich auch springen? Für sowas habe ich nun wirklich keine Zeit Bringen wir das schnell zu Ende Jetzt ist mir sogar schon eine Waffe Wie heißt das Teil? Kampf Ich kämpfe Gegen Kampf Ah ausgehungerter Wolf Angriff Wie ich jetzt einfach mehr Schaden mache Und mehr Leben habe Jetzt kommt ein mächtiger Schnitt Oh Und der hat gemisst Ha Ich bin stolz auf dich Ja Aber jetzt mach ich ihn fertig mit einem mächtigen Schlag Ach Oh Hab ich es nicht gesagt? Ich wusste es Ich wusste es Wenn du ihn fertig gemacht hast Ja Meine Mann schlägt auch nicht recht klar Nein Oh Die Tiere in der Umgebung werden langsam zu einem Rischling Problem Risch Problem Your English Tutor explodiert Wenn mir während des Schlafens die Kehle durchgebissen wird Autsch Ach Wie er wieder übertreibt also Ja so richtig Mir bleibt wohl nichts anderes übrig Ich muss mir einen Unterschlupf suchen Ach was am Lagerfeuer ist kurz zu bequem Mal sehen Boah Das ist eine voll geile Einspielung Wohin du musst Okay nach unten Gut gemacht Cool das wird sogar dunkler Wenn ich weiter weg lau Oh Das kann ich den ganzen Tag machen Oh Nein Okay Gefällt die Nacht jetzt besser Ja Oh oh Hilfe in der Ratte Kann ich gegen die Kämpfe Ratte bleib hier Ratte Ich krieg dich Ratte Ratte ey ich hab Hunger Bleib hier Ach sie lockt mich in den Wald Und dann macht sie sie mir mit Ich folge den Weg Boah das ist geil Oh Gott was ist das Ein Vogel Ach ein Vogel Boah Ich weiß das ist ein riesiges Monsterviech Was ich probieren wollte Ja Kann ja sein Bei dir weiß man nie Dass du auf die Monstergeräusche mit deinem Grund Das ist ganz nett Ja ich dachte das kommt vom Vogel Der hat äh Es hätte keinen Sinn Diesen Weg einzuschlagen Okay Dann schlage ich den Weg halt nicht Oh Der Weg Heute nicht Ja genau Der Weg setzt sich die Sumpfbrille auf Heute nicht Ja da war oben ein Zelt Ein Zelt Ein Zelt Oh ein Zelt Wo Wie ist keiner zu tun Das Ne das ist kein Zelt Weiß ich aber viel Das Gangster Ah da ist mein Zelt Wie soll ich da wohnen Es scheint verlassen zu sein Passt doch Perfekt Fast ein bisschen zu Perfekt Perfekt Was war das Es scheint von Osten zu kommen Oh Gott ein Ossi Oh no Was ist los Was ist los Oh Gott ich muss laufen Wo ist Osten In die Richtung In die Richtung Nie ohne Seife waschen So muss man sich das merken Ja ja Äh Da muss ich durch Triffst du den Weg nicht Ja ich bin Meister im Nicht-Weg-Treffen Mit dem sollte ich mich jetzt nicht befassen Der erste hat mir genug Schaden zugefügt Hat er Er hat Schaden zugefügt Ich bin weg Mich sieht keiner mehr Die finden mich nie Der Kopf ist unsischbar Ah fuck Jetzt hab ich mich mit ihm angelegt So ein Frecher Wow Ein Einziger Der wird dich jetzt töten Ja Der ist wahrscheinlich noch noch stärker als das Huhn Und das Huhn war ja schon stark Das Huhn auch Ah fuck Jetzt hab ich ihn gekillt Der war zu Oh der explodiert Nein Oh Noch einer Okay Ich nehm alle mit Ich hab Bin ich Ich bin nicht der Feige Okay ich drück jetzt ganz oft Enter Der greift ja gar nicht an Wie schlecht Ah jetzt greift er an Grad wollte ich's sagen Enter 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 Und Bitches Nei 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 Weil Ja ja Tja Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Deine Magie ist nutzlos Schwach Was hast du gemeint? Es war unter der Kühltlinie Ja schon eigentlich Ich find's nicht in Ordnung Nein Ich darf nicht aufgeben Noch ist alles vorbei Äh Nichts vorbei Waschalisch Niemand der mein Gesicht gesehen hat Überlebt Der muss echt hässlich sein Ja ja Dachte ich mir auch grad Gesicht des Todes Tut mir leid Bruder Ich muss's tun Wenn ich in meinem Leben schon was erreicht habe Dann reiß' ich dich wenigstens nicht mit in den Tod Oh Oh geil die haben's hell gemacht Was zur Hölle ist gerade passiert? Der Mann scheint noch zu leben Und er kommt diese Kraft Ich hab' ihn wohl unterschätzt Aber Oh cool wie sieht er jetzt aus? Aber er muss sich nicht mal umdrehen Was zur Hölle ist der? Oh 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 Es ist zu hell Ich kann auch noch Ich kann kaum noch etwas erkennen Lebt er noch? Fragezeichen Ausrufezeichen Ausrufezeichen Fragezeichen Ausrufe 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 Fragezeichen Punkt Ach da lauf' ich Ich wusste gar nicht dass ich da versteckt bin Du versteckst mich jetzt immer wieder Ich bin gar nicht da Ah da bin ich wieder Uh 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 Nein Okay Ich geh Tschüss Ich kann dem nicht helfen Ist nicht möglich Kann ich das Bild auch in die Richtung bewegen? Oh cool Tschüss Ich ärgere den Indem ich immer im Kreis und hinaus rumlaufe Und das Bild bewegt Das tut ihm bestimmt gut Ah Ah Okay Jetzt werde ich mit dem Hmm Oh jetzt wird's dunkel Ich müsste ihn in die nächste Stadt befördern Ja dann bau mal einen Katapult und fördere ihn Ne Dann hat er wohl eine Chance zu überleben Aber es sind zu viele Monster hier Monsters Oh no's Ich habe keine Chance ihn und mich Leben dadurch zu bringen Was? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Von Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Fragezeichen Was? Bitte Bring mich zu meinem Bruder Oder überbringe ihm die Nachricht Ich werde Achso Achso du hättest vorher spreche es sollen Ich habe vergessen dem Bescheid zu sagen Ihn sterben lassen Klar Lass ihn sterben kannst du ja Hm Ne Münze Ne dreiseitige Münze brauche ich jetzt Hm Hehehe Hehehe Ich öffne jetzt so einen random Number Generator hier und dann zeig ich dir Hm 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 Was ist das geil? Das ist voll die Entscheidung Hehehe, das ist nicht dramatisch hier Hey ne me ne me, du hast bist du Das kann man doch nicht so entscheiden Nee, okay, okay, warte Ich denke kurz nach Ich denke, ich denke Ich denke, ich denke Nein Ich bring ihn in die Stadt Die Stadt, da wollte ich sowieso hin Ich muss wenigstens Versuchen, dich zu rappen Lasst uns das tun Boah, wie geil du bist du jetzt gerade? Hehehe Es gibt so wenige Menschen wie dich Ich danke dir Wo ist er jetzt hin? Hab ich ihn jetzt in die Tasche gesteckt Ja, jetzt bist du auch langsam und den tragen musst Weißt du? Ja, stimmt, ich merk's Aber ich bin trotzdem noch viel schneller als vorher Klar Es sind zu viele, wie soll ich das schaffen? Ich muss versuchen aus ihrem Blickfeld zu bleiben Es scheint, dass sie weniger auf dem Weg befinden Ich bin gespannt, ob du das beim ersten Versuch schaffst Oder du speichern zuerst Ja, stimmt, speichern wir mal Oh, überarbeitet Sieht cool aus Was nehm ich? Ich nehm drei Schreibst du zuerst das dritte Buch? Den ersten Teil braucht keiner Jetzt Du gehst wieder Tschüss Achso, muss ich in die andere Richtung? Du musst ganz sorgst jetzt, ne? Wir werden ganz sorgst jetzt natürlich hier hinterher Oh, in Western? Nach Osten Ach, immer nach Osten Osten Alles ist im Osten, alles Gute ist im Osten Heißt? Ja, okay Jetzt überlebe Schaff ich Du schaffst es nicht Wo ist der Weg? Der Weg ist weg! Oh Gott! Da ist er wieder Ich hab's überlebt Ah! 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 Niemals! Escape Escape Ah Wir schaffts Wirs auch noch geschafft 1,4,4,4 Alter Ah! Nein! Ich will deinen Tod Nein! Ich merk's Ja, komm schon! Geh weg! Nein! Nein! Oh! Aber nur eins Du stirbst, du stirbst gegen einen Einzelnen Ja schon! Wichtig Escape Nein! Wie du rumlackst Ah! Da ist einer rum Das ist ein Ja! Der Verlust Warte mal kurz Ich muss mal kurz was einstellen So, professionell Muss ich das jetzt kurz Ich kann gar nicht hinlaufen haben Ach! Was zensierst du jetzt? Du musst dann an schwarzes Balken gehen Ja, genau So, jetzt Der Verlust Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich glaube es nicht. Ich glaube es gar nicht. Ich glaube selber nicht daran. Ich weiß gar nicht, wie ich dir nicht danken soll. Danken kann. Am besten gar nicht. Noch sind wir nicht angekommen. Ich bringe dich am besten schnell in dein Haus. Es gibt einen Priester hier. Bring mich zu ihm. Er heißt Ruben. Oh. Der ist schon bekannt. Der berühmte Rocksänger. Im Westen. Flary. Flary. Flaryriswälder. Und im Osten. Flaryris. Sissississ. Oh, ein Zaun. Was mache ich? Ich glaube. Ich kletter über den Zaun. Ach, funktioniert nicht. Ich merke, ob ich da gefehlt bin. Aber ist ja geil. Es ist dunkler geworden. Oh yeah. Zeig. Das will ich testen. In Städten ist es immer dunkel. Ah, jetzt ist aber auch hier dunkel. Es ist überall dunkel. Wie du den einfach leiden lässt. Wie du nachprüfst, der fühlt sich sogar dunkel. Das passt schon so. Ja, hey, ich bin hier Beta-Tester. Da muss ich das nachprüfen. Ja, Hauptsache er kann leiden. Es ist ja egal. Es ist ja nicht wichtig. Nein, du darfst nicht in die Hölzer. Ich bin gemein zu dir. Nääääh. Geh ich. Wir sind verschlossen, auch wenn da eigentlich nichts ist. Ich kriege jetzt übrigens zwei Secrets. Okay, dann geh ich jetzt ins Wasser. Ah, kann ich nicht. Okay. Geh schwimmen. Ah, die Tür ist kaputt. Nur weil ich in der Nacht ankomme, macht mir keiner auf. Frechheit sowas. Vor allem, weil die Türen sowieso offen sind, dass sie nicht mal Türen drehen. Aber nee, das geht nicht. Das wäre unlogisch. Was steht denn da vor? Lagerhaus. Oh yeah. Geil, das Lagerhaus. Da kann ich alles lagern, was ich lagern will. Das erlaub ich dir auch nicht. Ach. Weg ins Nichts. Es gibt immer noch zwei Secrets. Oh. Das ist bestimmt das Erste. Naja, wenn du das Schild gelesen hättest. Ah. Doch nicht. Das heißt nicht Christopher Penn. Oh yeah. Oh man. Sind sie es? Sind sie Ruben? Ist Ruben sie? Ach komm, der bist du jetzt. Achso, ja, da bin ich. Was willst du? Ich habe hier einen schwer verletzten Morgen. Er scheint ihr Bruder zu sein. Ich glaube jetzt aber nicht. Äh, das war alles doch so. Ich bin befürchtet worden. Schnell, bring ihn her. Schnell, schnell, ich gehe auf Highspeed, Highspeed, Highspeed. Oh, endlich da. Lege ihn einfach auf das Bett. Ich werde ihn versorgen. Magie, wird er es schaffen. Nochmal Magie. Das weiß ich jetzt, das weiß ich nicht. Bruder, lass es. Die Wunden sind viel zu gut. Äh, tief. Virus, warum hast du das getan? Ruben, du wirst alles verstehen. Wenn es soweit ist. Also nicht jetzt. Aber bitte, beende mein Leiden. Ich fühle nur noch Schmerz. Boah, das sehe ich jetzt aber nicht ein. Das wird doch nur schwer. Nein, Yrus, ich kann das schaffen. Du verzögerst nur noch die Frist. Und schadest mir damit. Nein, Yrus, ich kann nicht. Nein! Bitte, Ruben. Aber Yrus, warum triffst du etwas ausgerechnet dich? Ragebaut. Ich hätte an deiner Stelle sein sollen. Yrus! Lebe wohl, Bruder. Versprich mir, dass du es erfüllst. Besser, ich bin der natürliche Typ. Nein! Oh nein. Oh, der guckt aber traurig. Jetzt dreht er sich weg. Ist er beleidigt oder was? Oh, der ist tot. Oh Gott. End of the demo. End of the demo. End of the English. Gut. Well known. Gut English. Ah, das musst du jetzt aber du lesen hier. Oh, oh. Spezielle Leute, bei denen ich mich extra bedanken möchte. Boah, nee. Den ersten zensiere ich jetzt auch. Piep. Nee, Schlaumeier. Hallo. Hallo. Weißt du? Das ist der Typ, der mit Schlaumeier beginnt. Ja. Und mit nichts aufhört. Mit nichts aufhört? Noch mehr Namen. Ey, Keks. Ich mag das Keks. Echt? Dann gib mir Keks. Okay. Boah, und voll an sich auch noch. Ja, aber man hat doch nicht gedankt. Oh yeah. Nein, eigentlich meinte er ja mich. Er weiß, dass ich den Akku kommentiert. Ich danke mir selber. Achso, ja. Und ein Mist für das Spieleprogramm. Das musst du noch hinzufügen. Uh. Boah, geil. Soll ich jetzt noch die anderen zwei Wege probieren? Klar. Okay, warte. Eigentlich sind es ja drei. Drei? Hm. Wenn du das eine wählst, kannst du noch mal zwei Entscheidungen geben. Oh. Dann muss ich jetzt... Sinnvoll. Okay, ich muss jetzt hier Pause machen. Okay, Wiederaufnahme. Wieder... Wieder laufen. Nee, also jetzt hab ich hier gespeichert. Und jetzt... Jetzt... Jetzt renne ich wieder um den Ausdruck. Nee, jetzt laber ich mit dem. Bla. Das kennt man ja alles. Schon mal. So. Ist richtig. Wieder bla bla. Okay. Jetzt hab ich erst das gemacht. Dann kommt jetzt das. So, so, so. Boah. Jetzt bin ich ein, dass er da... Okay. Dass ich es benutzt habe. Er wird wissen, was zu tun ist. Ja, und du kannst ihn jetzt noch fragen, wohin du musst, was er will, weil er am Anfang war usw. Aber das ist ja eigentlich unnötig. Okay. Ich danke dir. Warte ich besser vor die Vier. Vier. Vier, die da... Die auflauern. Die Vier. Nee, die Viecher. Bei Viecher wollte ich nicht schreiben, wie viel er geschrieben hat. Ich bin besser. Ich bin schon zurechtkommen. Wo liegt die Stadt? Ach ja. Da weiß er schon. Okay. Ich will nur noch das mit dem Mann fragen. Komm. Aber nicht. Was ist hier nur los? Der Anführer des Kultes. Er meinte, ich habe ihm aufgelauert. Ah ja, klar. Du hast mir aufgelauert, ey. Jetzt ist es, wenn es mein Gesicht schaut. Das sehe ich jetzt nicht ein. Das muss ich umbringen. Penner. Oh Gott. Wie soll ich das schaff? Das ist selbe Text, aber jetzt bist du schneller, also. Jetzt ist es leichter. Ach, jetzt bin ich wieder zurück. Hey, hey. Oh, was ist weg, was ist weg? Das ist ein Herausforderer. Du schaffst das gar nicht. Ja. Das war, finde ich, die Wölfe gar nicht. Was sind die? Die haben sich verlaufen. Das ist doch verwirrt, so schläfst du. Die glauben, du bist wie anders. Die warten jetzt auf den langsamen Kerl. Kapitel 2. Der Flust. Fail. Ich glaube es nicht. Nein. Ich glaube selber nicht. Ich bin so schlecht mit, oder was? Ich sollte diesen Ruben suchen. Er müsste sich hier irgendwo aufhalten. Die Nachricht. Was war es da wohl auf mit sich hat? Was da wohl es auf sich haben wird könnte? Was? Mithaben sich tut. Jetzt ist es noch schön hell, ne? Tutengard. Oh. Oh. Ich soll mal so Secrets finden, wenn es so dunkel ist. Die beiden Secrets fehlen, der noch. Nimmst du jetzt finden, oder? Bei den anderen beiden Wegen hast du, dann keine Chance mehr. Bei dem anderen Weg, ja. Oh. Kohlengemüsebeet. Kann ich das benutzen? Klar. Jetzt nimmst du hier das Einzelne mit. Sagen wir so, es wird als eine Secret freut sich sogar, denke ich mal. Okay, dann musst du es finden. Okay. Das ist sein ultimatives Ziel, diese Secret zu finden. Kannst dir sicher jetzt denken, warum. F**k, ey. Das ist ja das Erste. Ne. Schilder halt. Ich mag Schilder. Schilder? Halt, Kois. Ich hab mir gerade einen Epic Rap Battle of History angeschaut und hab mir gedacht, so, Dr. Seuss, hm, da schreib ich jetzt Zahra und Seuss mit Kreuz hin. Das war voll kreativ. Nein. Dann schilder nicht von der Seite ansprechen. Merkt ihr das, mein Junge? Kannst du dir sagen, wo die Secret sind? Der, der, der... Ah, nee. F**k. Er ist nicht. Hör, er ist die Blue. Es ist Secret. Hör! Ich bin ein schlechter Secret-Finder. Du befindest dich auf der falschen Spielhälfte. Ach, passt dir denn hoch. Genau, jetzt bist du richtig. Das ist das erste schon in deinem Ehe. Genau, du hast gefunden. Glückwunsch. Ja. Schau mal, umliegen. Oh, der Frosch! Der dreht sich voll hier, der dance voll ab. Oh, noch ein Frosch. Oh yeah. Oh, let the frog out. Ja, und das ist dann noch ein Secret, aber du bist immer noch auf der falschen Seite. Auf der falschen? Ja, es ist bei... Nee, immer noch feucht. Du gehst noch viel weiter weg. Kalt! Kalt, Eis, kalt! Tundra! Tundra? Oh, wärmer! 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 Noch Wärmer! Es ist mir keiner... Wärmer! Kalt, kalt, kalt! Oh, wärmer! War... War... Warm! Heiß! Heiß! Oh, hier! Oh, hier! Was geht's da? Oh! Dreimal heiltrank! Oh yeah! Die waren echt gemein versteckt. Jetzt kannst du dich da oben. Die waren nur für Leute versteckt, die der Turnierze in den Secrets finden. Seid ihr Ruben? Ich soll euch eine SMS überbringen. Oh, das hast du mich nicht wieder... Ja, da bin ich. Um was geht das denn? Um deinen Bruder. Sein Handy ist kaputt. Äh, er ist tot. Was? Sein Handy ist kaputt? Ja, er hat mich gebeten, dir diese SMS zu überbringen. Oh, ja. Sein Handy ist so schlecht. Oh, ja. Was ist die SMS? Er hat SMS benutzt. Was hat der SMS schon verschickt? Oh, Yrus, warum tust du mir das an? Verdammt nochmal, ich wollte die SMS schicken. Ich hätte an seiner Stelle sein müssen und sie schicken. Ich muss mich vergibfissen, dass er tot ist. Du weißt, ich will gar nicht ihn noch retten. Ich will nicht so viel zahlen. Ja, ganz bestimmt. Ihr Dreckspier. Ihr habt seinen Kopf nicht gemacht. Lasst eure dreckigen Wäler von seinem Handy, äh, ihm. Hier ist ihr Hund. Er ist gestorben. Schutzlos gegen die Bestien. Und sein Handy auch war ganz schutzlos. Yrus, warum hast du das getan? Und mich mit der Rechnung allein gelassen? Ja, ich muss es speichern. Boah, geil. Aber über Speichern nicht. Das ist jetzt irgendwie ein Fehler. Oh, yeah. Versprechen wir mal. Äh, ja. Nämlich 8. Das ist auch eine gute Zahl. Okay, load. 7. Cool, da kommt so ein. Oh, cool. Aber man, jetzt kommt es nicht mehr. Oh, schokolade ist. Oh, ja, ja. Okay, jetzt muss ich ihn töten. Töte ihn. Ich müsste ihn in die nächste Stadt schießen. Er hat aber eine Chance, sein Handy zu behalten. Aber es sind so viele Monster hier, die gerne sein Handy hätten. Ich habe viele Chancen, aber ich müsste keine nutzen, ihn lebend daraus zu bringen. Was? Bring mir mein Handy. Ich werde ihn sterben lassen. Sein Handy, nein. Du willst mir nicht helfen. Leiden lassen, Gnadenstoßwitz. Noch zwei Wege. Oh, no. Oh, das ist so. Kannst du wohl ein Penner sein oder noch ein Penner? Noch ein Penneriger Penner. Kannst du ein Penner sein oder ein größerer Penner? Das ist die Penner-Methode. Die andere ist die Oberpenner-Methode. Oh, eiskalt! Ob das die richtige Entscheidung war? Ich weiß es nicht. Ne, glaube ich nicht. Wo ist er hin? Oh, ich habe ihn ausradiert. Alter, die tot sein, wir werden ausradiert von dieser Hölle. Ich kann in der Stadt nichts erreichen. Ich muss zurück zum Zert. Oh, yeah. Camping. Go, go, Camping, go. Nein, mein Handy ist weg, nein. Warte, warte, oh, oh, oh. Oh, ah, die Wölfe ist okay. Oh, ich höre nicht jetzt. Die griespaunten Wölfe. Die griespaunten. Ja, die griesgrämigen Wölfe, ey. Oh, ja, wir rennen schon wie am Zelt vorbei. Oh, ach, das Zelt. Ah, hier bin ich schon. Ich dachte, da kämen noch 20 Squins. Vollidiot. Der Handy ist kaputt. Ich sollte schlafen gehen. Ich frage mich, woher das Zelt kommt. Darauf kann ich mich jetzt nicht konzentrieren. Ich lege mich besser nicht hin. Aber er hat es trotzdem gesagt. Er kann sich doch nicht aufstehen. Doch er würde nie wieder aufstehen. Eines der Tiere biss ihm in die Kehle. Er starb erst nach einigen Minuten. Und so erendet meine Geschichte. Och, wer ist der Erzähler? Diese Geschichte niederschreiben. Weil... Diese Geschichte will ich hören. Das muss ich mal nachkommen erzählen. Ach, verdammt, ich bin tot. Das ist die interessantste Geschichte, die ich jemals... Nehme ich jetzt... Ja, das... Letzte Möglichkeit, die es gibt. Die Oberpenner mit... Ja, die hab ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben, weil die ist so böse. Eigentlich darf man die ja gar nicht auswählen. Das müsste zensieren eigentlich. Oder das... Wenn du die auswählst, dann explodiert dein Computer. Leudeln lassen. Ich werde dich liegen lassen. Sieh selber, wie du überlebst. Ich kann keine zusätzlichen Lasten gebrauchen. Ich verachte Menschen wie dich. Boah, eiskalt. Boah, noch in dieser Nacht wurde reich von wilden Bestien umgebracht. Die Fremde ergötzte sich an diesem Antrieb, bis er auch eher getötet wurde. Epic Fate. So endet meine Geschichte. Aber mein Henry ist kaputt! Hey! Lass mich doch nicht in Ruhe hier! Go, Randy! Oh yeah! Okay. Wie komm ich jetzt raus? Das muss ich auf... ...5 speichern. Du, 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 du... Boah, ist kalt. Andy! Nein. Ja! Boah, 36 Minuten hab ich aufgenommen. Ah, nee, ist 23. Äh, nee, jetzt wollen wir mal 38, ich glaube. Was? Du hast es bei 38, 45 auf. Boah, das ändert sich wieder mein Hintergrund. Boah, geil. Äh, das ist nicht gebessert. Äh, ja. Das finde ich gut, dann habe ich erst mein Lebenstherum. Die Nacht, die war echt dunkel. Die Nacht, die war dunkel. Ja, das finde ich eigentlich gut, aber ich finde es nicht gut, weil dann sehe ich nichts und dann bin ich voll, voll anti-nacht, so. Kennst du? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Ja, voll anti-nacht. Ja, ich bin auch immer anti-nacht. Ja, deswegen baust du wenig Nacht in deinen Spielen ein. Ja, klar, das ist voll wenig Nacht. Das ist, das ganze Spiel besteht nur aus Nacht, also ich brauche nicht Nacht mehr. Ja, äh, nee, aber doch, 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 das war, was? Ja, genau, ich verstehe schon anti-nacht, ja. Nee, nee, es ist noch nicht 38, das ist 45, natürlich auf Stop drücken. Also, wir müssen jetzt die Zuschauer unterhalten. Warum achten? Warum achten als 45? Ja, weil das ist eine schöne Zahl, das ist. Okay. Dann muss ich jetzt, äh, wieder die Dinger laden. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ach, das kann ich nicht laden. Und oh yeah! Das war sowieso der beste Spielstand, wo ich fast tot war. Hier habe ich noch viel Leben. Hier habe ich auch. Überall habe ich... Ey, jetzt habe ich überall gleich viel Leben. Guck dir das an. Überall gleich viel Leben. Ja, die Zeit war anders. Aber warte, gleich müssen wir beenden. Hier habe ich ganz wenig Leben. Und hier habe ich überall gleich. Ich habe da voll den Element Destiny Team-Song. Menschel! Ach, ah, fuck, verpasst. Okay, tschüss, bis zum... Nein, es gibt 45 Mal. Ne, ne, ne. Weiger ich mich. Ach, ach, ne. Ne, ne, okay. Also dann... Sehen wir uns beim nächsten... Abonniert mich! Ja, ja, das wirst du wieder sein. Ne, bei der nächsten... Gibt doch eine nächste Demo, oder nicht? Ja, klar. Thumbs down, wenn es eine nächste Demo gibt. Das ist ja nicht mein Video. Ja, ja. Nein, okay. Dann bis zur nächsten Demo und so. Ne, ne, ne. 25. Das ist jetzt nicht ein. Ne, ne. Okay.